Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leonroth. Viele Golfer haben Probleme damit, ihre Distanz der Bunkerschläge zu kontrollieren. Viele Schläge erreichen gerade so den grünen Rand, andere wiederum schießen über das grün hinaus. Um diese Problematik in den Griff zu bekommen, habe ich folgenden Tipp für Sie. Gehen Sie in Ihr gewohntes Setup. Öffnen Sie die Schlagfläche und legen Sie den Ball etwas zum linken Fuß. Über die Gewichtsverteilung legen Sie nun die Fluglänge des Balles fest. Die Rückschwung- und Durchschwungbewegung bleibt immer gleich groß. Bei einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung sollte der Ball für Ihre Verhältnisse die gewohnte Distanz fliegen. Nehmen Sie nun Ihr Setup ein und verlagern Sie Ihr Gewicht mehr auf den rechten Fuß. Der Ball wird nun weiter fliegen. Wenn Sie Ihr Gewicht mehr auf den linken Fuß verlagern, wird Ihr Ball kürzer fliegen. Probieren Sie diese Art der Distanzkontrolle mal in Ihrem Training aus. Und Sie werden verblüfft sein, wie einfach Sie Ihre Bälle in Zukunft aus dem Bunker kontrollieren können. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017